Also heute doch Finale. Es ist mir hier zu dunkel. Ich seh ja gar nichts. Ihr seht wahrscheinlich noch weniger. Ich hab Klopapier gefunden im Dunkeln. Nein! Jetzt kletter doch da rauf! Nein! Was ist denn falsch mit dir? Also manchmal ist die Steuerung echt komisch. Der greift manchmal einfach nicht. Kommt drauf an, wie lange du noch machen möchtest. Ja, das ist auch die Frage. Ich weiß es nicht. Ne! Äh! Äh! Never ever! Okay, ich hab ne Idee. Stopp ich. Ich hab gedacht, die rennen jetzt da echt los alle, ne? Oh mein Gott! Ich hab gedacht, die rennen jetzt da echt los alle, ne? Krank! Krank! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 ui krass das war ich mag laufzehn wir haben noch die fernbedienung okay krass also manchmal ist sie wirklich so herr ich weiß nicht wie du das empfunden hattest aber manchmal ist es ein bisschen komisch gewesen mit der stimmung creepy sagt ja erst mal sagen ob das programm richtig bevor ich in den fernseher steige ach so deswegen hat er noch mal geguckt beim ersten mann war das so dass er als ich dann diesen gang kam wo wir dann zu uns gelaufen sind da ist auf einmal geht und danach ist ein geschnitten deswegen habe ich da so viel zeit verloren verstehe ich nicht warum bald mal pt was 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 pt tommy was ist pt six sorry tommy aber da ist six da ist six ich hole dich nehmt die scheiß axt komm doch her ich mach dich fertig ach ich muss nicht ihn fertig machen nee klar habe ich auch gerade gecheckt danke ich muss die tür da kaputt machen kommt doch einmal diese axt her ich muss mich nicht Was? Ich steh doch genau vor dieser Scheiß-Tür! Ist das schrecklich, ey! Ist das schrecklich, meine Fresse! Boah, Harry, ganz ehrlich, sag mal bitte was zur Steuerung! Erinnerst du dich daran noch? Uiuiui! Der hat da einen gesehen? Habe ich nicht drauf geachtet, sorry! Knapp wieder, ja, übelst knapp! Oh, Tobi, ich möchte... Ja, Horrorspiele weiß ich nicht, lass mich erstmal nochmal... Ich möchte gerne wieder Spiele spielen, die ein bisschen farbenfroher sind. Ich hatte nur Probleme mit der Taschenlampe, okay. Ja, der hatte ich ja auch, aber dass er manchmal nicht greift, das ist so komisch. Ey, der ist doch über uns! Ja, das PT-Game würde ich da nicht zumuten. Und vor allem nicht auf Feuer. Danke, Tobi! Mir reicht das hier gar nicht. Wo ist Vati? Da muss er weggehen. Ich mag ihn nicht. Alter, ich rede durch, ey! Oh, die Szene kenne ich aus dem Trailer, glaube ich. Ich wäre in dem Loch ja aber hochgesprungen, wie bei dem Spiel, wo man mit dem Hammer auf den Hasen hauen kann. Ja, Horrorspiele, du, ich aber nicht. Ja gut, ich sollte mal wieder Pingen gehen. Gute Nacht euch allen und habt ein schönes Wochenende bis Sonntagabend. Blockschrottet dir auch. Einen wunderschönen Abend noch mit der Nacht und bis Sonntag zu dem nächsten gruseligen Wuselspiel. Ich könnte, ich drehe durch. Ich drehe durch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh Gott. Ist okay, ich weiß, was ich machen soll. Er läuft halt auch so übelst langsam, ne? Nimm doch den scheiß Hocker. Nimm doch den scheiß fucking Hocker. Da kommt der große Opa. Okay, das schaffe ich nicht mehr. Nee, hi! Oh Gott, ey. Ist das die Hölle, ey. Wie, der Speicherpunkt ist scheiße. Der Speicherpunkt ist scheiße, okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Muss das jetzt blöde Brett auch wegmachen, ne? Jetzt greif doch nach diesem scheiß Brett! Oh, ja, du bist langsamer, wenn der lange näher kommt, ja. Jetzt hab ich langsam aufgecheckt. Aber was ist ja die Hölle, ey? Oh, das ist so... Es ist so... Es ist wie eine Rentanne-Renn. Ja. Es ist aber so krass. Ah, danke Tommy. Aber schön, dass du da warst. Viel Spaß noch. Ja, ich hab auch irgendwie Spaß im Nachhinein. Aber währenddessen bin ich so unter Spannung. Es ist übel, übel. Ja. Okay. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Ja, lauf. Hä? Wollte ich auch. Ich hab gedacht, ich muss da wieder abbiegen. What the fuck, ey? Aber der Soundtrack ist ja übel-geil. Oder? Was sagt ihr? Ja, hi! Hey! 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 Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Ich schaff das. Ich laufe. Lauf, lauf. Ich wollte dich verfahren. Ich laufe immer dagegen, das ist doch zu Prozent. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Tschüss, Uppi. Au. Tschüss, Uppi. Au. Au. Uff. Ja, entspann dich erst mal, Mono. Oh Gott, du Arme. Oh lalalol. Das war schmerzhaft, ja. Oh nein, Mono ist jetzt verletzt. Let's Endstationer. Hammer. Was ist der Scheiße? Aber übelst geiler Soundtrack. Wow. Ich trete durch. Und ich hab den ja. Ich glaub, ich muss mir den erstmal machen. Ups. Ich hab ein Bäuerchen gemacht. Oh nein, nicht euer Ernst. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Das ist Six. Ich kann nicht springen. Gar nichts. Yay fürs Mischken. Wupp, wupp. Es war Six. Habt ihr das gesehen? Sie balanciert auf den Schienengeländer. Auf den Schiendingern. Auf den Schienen halt. Oh, Mono hat sich ja richtig verletzt. Aua. Ich kann nicht leiden. Ich kann nicht springen. Ich kann nur klettern. Na rein. Na rein. Na rein, Mono. Na rein. Das ist Six. Na rein. Oh, mit Schmerzen, oh, das muss wehtun. Komm schon, du schaffst das. Das Unterfallen wäre tödlich. Okay, ich lenke ihn gerade nicht. Das große, das große Gebäude da oben. Ich mach grad gar nichts. Mono, gibst du etwa auf? Oh! 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 Was bin ich jetzt wieder? Dieser Charakter ist ja unglaublich. Ich bin sechs zurück. verschwinde ich mag keiner, geh weg du bist so böse ich lenke die ich lenke gerade jetzt bin ich wenn ich nach oben drücke was sieht das dann seht ihr das mache ich gerade ich kann meine mütze nicht mehr aufsetzen ich kann keine andere mütze aufsetzen gerade oh krass safira ich versuche das doch erstmal selber rauszufinden wenn ich nicht weiterkomme dann sag ich schon beschein meine ich auch nicht böse grundschaft freigeschaltet die falle die fahle das ist der gang jetzt mit einem regen setzen wir die mütze ab toll ja voll und wir können keine andere mütze aufsetzen diese musik kennt ihr alle die musik kennt ihr alle erkennst halt Das war's. Die ganzen Spielzeuge, sie schweben. Das finde ich cool, man sieht sein Profil vom Gesicht, das finde ich sehr cool. Ein Strobelkopf hier. Kann ich die nehmen? Was ist das hier noch los? Das waren hier im letzten Kapitel. Okay. Ich trau dem ganzen hier kein Stück. Oh, wie erschrocken. So viele lange Treppen kennen wir doch. Schaut mal, da ist wieder dieses Auge. Entschuldigung, wie ihr Screenshot machen, aber ich finde das unglaublich. Guck mal, diese ganzen Sachen, die haben wir überall immer gesehen bei dem Spiel hier gerade. Da rechts ist ein Schatten. Guckt euch mal den Schrank hier links an. Und da ist schon wieder das Auge gerade zu. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Wartet. Kann sein Gesicht sehen? Okay. Okay. Ich muss hier irgendwas machen, Lena. Du hast es verstanden, ich leider nicht, die Tür könne ich leider nicht zu. Saphira? Aber man soll sich doch verwirren lassen. Aber ich kann doch jetzt nicht 500 gefühlt durch 500 mal hier durchlaufen. Aber ich weiß nicht, ich bin ein paar Jahre alt. Und ich weiß nicht, ich habe einen Schraub, aber ich habe noch nicht zu. Ich habe einen Schraub, aber ich habe noch nicht zu werden. Na, na, klar. Ich habe noch keinen Hut aufsetzen, ne? Nee, noch kurz so, Saphira, ich frage. Aber langsam finde ich es mir sehr merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Pixel, wo ist dir? Hi. Hi. Ah! Hey! Hi! Hey! Hm. Fernbedingungen habe ich auch nicht mehr. Hm. Also ich möchte jetzt nicht gespoilert werden, aber vielleicht so ein rätselnder Hinweis, wo ich noch drüber grübeln muss, wäre vielleicht ganz interessant. Also nicht jetzt sagen, was ich tun soll, sondern vielleicht bringt dieser Tipp oder dieses kleine Rätsel mein Groschen zum Fallen. Mach doch das, was du grübeln willst. Okay. Gut. Gut. Super gut. Schöne Und schoßen Sie mal aus der Zwischenzeit. Gut. Du bist so ganz schön. Gut. 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 Untertitelung. BR 2018 Okay. Wow. Okay, ich bin einfach immer der Musik gefolgt. Genial. Untertitelung. BR 2018 Okay.